Hallo und Willkommen zu meinem Video zu PocketOption! Das ist ein Broker für binäre Optionen, der nicht Europa reguliert ist und daher nicht unter das Verbot binäre Optionen fällt, dass die ESMA jetzt eingeführt hat! Insgesamt macht ihr einen interessanten Eindruck! Ich habe den jetzt erst kürzlich entdeckt und in ein paar Tagen folgt dann ein Video mit weiteren Informationen zur Auszahlung und so weiter! Hier sieht man die Landingpage, hier kann man sich schnell registrieren! Besonders ist bei dem Broker, dass er einen 50 US Dollar Bonus bietet, ohne Einzahlung! Das ist wie gesagt die Hauptseite! Nach der Anmeldung wird man informiert, dass man einen Willkommensbonus in Höhe von 50 US Dollar bekommen hat! Um den auszahlen zu können, muss man 5000 US Dollar Trading Umsatz haben! Man hat hier ein bisschen die Wahl! Unter dem Video findet man einen Link für den Bonus mit 50 US Dollar und einen Link ohne Bonus! Wenn man keinen Bonus nehmen will, bzw. wenn man die Beschränken hier nicht haben will, dann sollte man lieber keinen Bonus nehmen! Ansonsten kann man die 50 US Dollar nehmen! Wenn man dann noch Geld einzahlt, dann sind die 5000 US Dollar eigentlich nicht das Problem zu erreichen! Hier haben wir jetzt das Schad System! Man sieht, das erinnert mich an Recru Option und ein bisschen an IREX! Wir können hier oben zeichnen! Hier haben wir Indikatoren! Hier können wir die Schaddarstellung wählen! Hier kann man soziales Trading einschalten! Das heißt, ich werde jetzt informiert, wenn andere Personen hier einsteigen! Hier finden wir Hilfe und so weiter! Das erinnert mich an IQ Option und IREX! Hier finden wir Wettkämpfe! Hier ist das Social Trading! Hier sieht man, wer, wann und wie viel handelt! Hier findet man auch Signale! Die habe ich noch nicht getestet! Hier sieht man meine geschlossenen und offenen Trades! Hier kann man den Betrag angeben, den man handeln will! Minimum ist 1! Hier kann man die Zeit wählen! Hier kann man die Position eingehen! Das könnte ein bisschen schneller reagieren, finde ich! Das macht aber schon mal keinen schlechten Eindruck! Hier kann ich in das normale Konto wechseln! Wie gesagt, da habe ich hier meinen 50 USD Bonus! Das Social Trading mache ich wieder aus! Das irritiert mich irgendwie nur! Dann zeichnen wir hier mal! Indikatoren sind ein paar vorhanden! MACD, Awesome Usletter, Leider keine Storastik, Parabolik SRR, Bollinger Bender, Alligator, RSI und Leitner Durchschnitt! Dann nehme ich nochmal die RSI dazu! Hier sieht man, wie die anderen Händler sich entscheiden! Wie hilfreich das ist, weiß ich nicht! Hier habe ich den Kreuz vom RSI nach oben! Also gehe ich einfach mal von der Aufwärtsbewegung aus! Das ging wohl daneben! Jetzt habe ich noch einen MACD hinzugefügt! Das ist ein schönes Umkehrsignal! Wenn jetzt das Level gebrochen wird, dann ist das nicht so schlechter Einstieg unbedingt! Also die habe ich jetzt knapp verloren! Kurz danach ist er noch eingetreten! Die Gewinnspanne reicht von 60% bis 95% bei der Pocket Option! Wie gesagt, ich schaue mir den Poker noch ein bisschen genauer an! Die nächsten Tage werde ich selbst noch eine Einzahlung tätigen! Und dann mal schauen, wie sich der Poker so verhält! Und ob das wirklich eine Alternative zu anderen Pokern ist! Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video! Ich bedanke mich! Ich bedanke mich! Ich bedanke mich! Vielen Dank.